Warum bist du gerne da? Weil das mein Lieblingsort ist! Was gefällt dir hier? Dass ich mit meinen Freundinnen und Freunden hier spielen kann. Mit meinem Papi verstecken und fangen spielen kann. Aha! Kannst du den Papa gut verstecken? Ja. Ja? Echt? Ich finde ihn aber leicht. Cool. Immer sofort, weil er rausguckt. Weil er was? Weil er rausguckt. Du guckst raus? Ja. Aus deinem Versteck? Ach so. Nicht immer. Oder?